und willkommen zum neuen part let's play so so ist es so so ist es und willkommen ich freue mich ultra drauf auf einen neuen part let's play und ich hoffe auch ihr ich bin gerade vom schönen tag ja hier wir ja alle kommen also ich hoffe auch ihr freut drauf und was geht los ist genau wir machen wir hier im schnee resort also ist genau gut okay ja gut dann machen wir uns schon sagt ihr noch extra leute ich freue mich darauf vielen dank für die überraschung jetzt geht es los ich brauche mich drauf so schön hier ist aber wunderschöner und echt das ist ja auch tut ja ich bin immer so weit ich hätte halt immer also wenn ich mal war mit der kasse also mit der ganzen schule habe ich halt echt viel spaß und ja wie gesagt ich hatte immer schon oder also war ein sehr toller ski fahren urlaub ja in einem schönen winter also war ich sehr toll das kann man sagen genau ich war auch so laufbahn genau immer wenn ich nach oben möchte wie wir so laufen nach oben fahren ich war es noch ganz genau damit nehme ich immer nach oben fahrt also war ich sehr toll kann man sagen doch heute ist so sehr gut gut doodoloom ist recht doch recht 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 stob wir haben 다 bem,. jeppt fast in 17 ja ich habe die laufende Luft um die drei wir sind richtig hatte bin台 also will ich ganz toll kann man sagen doch kann man ganz eindeutig sagen ist toll hier ist auch genau so hier ist noch ein grüner ballon sehr gut okay gut genau und ich hoffe auch ihr freut drauf und versuchen das einfach genau ich will eine fahr zu haben wie gesagt ich bin ein bisschen müde aber ich kann auch trotzdem videos aufnehmen macht macht alles macht alles seinen spaß also die wundern kann sein dass ich ein bisschen alles belaute ich weiß ja nicht aber ich kann gar nicht so gut nachdenken aber ist okay so einmal so und dann schauen wir mal eben genau ja so muss also ich finde es echt gut die map hier also macht spaß da wie geil ist das einfach nur gemacht hier ok 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 gut gut genau so muss sein so wissen wir an die ankommen gut ja ich freue mich darauf wird es nicht mehr woche ich freue mich so drauf ich freue mich so drauf gut was soll es was soll es ist egal alles gut okay jetzt haben wir uns den schönen tag hier noch schöner macht bis jetzt wenigstens und es geht es los ich freue mich darauf auf den schnee schnönen schneewald tag ja richter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 ja gut aber ich kann dann wie ein pinkel aber es macht spaß ja klar ist gut genau das go no hey war das nie ein riesen spaß ist immer so viel schöner wenn man mit anderen spielen kann so oder sofort so ist es du bist so kaputt zack 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 tut mir leid ja können wir gerne ein bis gleich geben wenn ihr das doof fand sorry was soll es ich habe auch mal gerupst ist egal ich habe gerade was getrunken was soll es passiert mal also nicht wundern jetzt tut einfach mal so einer ist egal ist nicht so schlimm nimm es bitte mir nicht so ernst so jetzt kommen wir zum café wie ich dann bist du nicht aktiv schlagen vor hunden schlitten und hunden 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 schlitten hundes hunde hunde immer dreht alles im hunde mein gott mein gott mein gott mein gott mein gott aber gut ok es geht so los und wir haben spaß geiles spiel ich will es so gerne noch mal spielen also ich kann sein dass ich noch mal spielen würde es auf jeden fall ich denke mal so ins table 2 ich habe also nicht wundern genau aber das ist ja auch nicht beendet jetzt sofort ist so ungefähr zwei wochen geben geben noch soja wird doch zwei wochen noch so spaß faktor geben auf jeden fall leute so ist auch recht gut also wir werden schon viel spaß haben ich fühle es gerne mal ganz nach oben fahren für der städte die ganz nach oben fahren muss mit der schien solida stationen fahren genau oder kommt kommen machen so ich habe den reifen genau das gute ziel für drei stationen also wirklich toll kann man sagen hier gibt es hier nein 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 auch kommen natürlich ne der will verarschen oder kommen natürlich ne weil diesen grünen haben auch ich habe ihn angestuft auch man das war klar aber egal er ist hier da ist trotz entscheide war nein oh gott stop jetzt du trottel danke geht doch 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 okay es wird echt scheiß schwer aber gut okay ich will andere richtung andere richtung ist mir schlimmer soll es lenken tut das ding auch nicht doch das doch geht ich würde sagen vorerst die einfach mal genau bevor aber das ding jetzt das geil ding voll einfach jetzt oh mein gott oder wie galt das einfach nur machen aber nur oh gott scheiß christ es sind gerade spiele oh mein gott oh mein gott klar ja das macht sowas von spaß nach hier das spiele weibenspiel mein gott echt sehr gute die auf jeden fall ja danke okay die 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 aber ich finde das film ist das hüpfen noch nein ich muss immer schütteln ich muss diese jahre und schütteln immer das höre auf mich an so hat okay aber wird auf jeden fall richtige sache gefallen also wird auf jeden fall der richtige sache gefallen auf jeden fall also das ist schon mal toll sag ich mal so so lala aber auch echt viel spaß man muss so ein bisschen das lernen das finde ich auch gut aber so gehen genau das go oh mein gott ja gut ja gar scheiß ich freue mich jetzt natürlich hier wenn ich da so muss sein ich bin gespannt was mich diese erwarten will konus pflücken das go genau das war aber spaß also sowas würde ich mir auf jeden fall auch trauen in der geschwindigkeit nur wenn es die zaune nicht gäbe dann also ich will mir auf jeden fall so traut also kann man sagen doch dom 10 juli wisst ihr ja die loser und die können sich dort leisten und die können euch dort auch nicht trauen also ich will mir dort auf jeden fall trauen leute kann man sagen doch ihr seid da richtig eingestellt bei mir und meine videos sind auch besser und kommentierter und ja ja ich bin der bessere wenn dann immer sagt oh mein gott sein bestiöse scheiß und wort einer ist haus erhält man jetzt halt weiter als du ja das sind halt ein guter youtuber ist immer rum rum ran aber herum rannen und dann herum das war ein spartiges spiel heute ein schöner fahrt auch wir sagen peter und macht guter ist wieder auch ich bin okay aber ich muss noch ein paar videos aufnehmen mag ich gerne aber ich bin ko ich mache selber für mich weiß nie warum ich mache es gerne für mich und auch für euch bis zum nächsten mal hier aber super liebe leute wisst ihr übrigens bescheid wann das nächste abonnenten spiel kommt wenn nicht klickt auf das eine minute 29 sekunden lange video da wird erklärt wann es ein nächstes abonnenten spiel geben würde oder auch gehen wird servus ich sage es schau leute ich habe einfach spaß gemacht